Alle Neubürger ist die Gemeinde Wadenburg in regelmäßigen Abständen bei einem Empfang gekommen. So auch am späten Dienstagnachmittag und das bereits zum siebten Mal. 35 Männer, Frauen und Kinder hatten die Einladung ins Rathaus angenommen. Gleich im Foyer wurden sie von Bürgermeisterin Martina Noske begrüßt. Die Führung endete im Ratssaal, wo Getränke und Schnittchen warteten, sowie die Jugendband Chapter One aus der Musikschule von Lutz Fischer, die die Melodie des neuen Wadenburg-Liedes vortrug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017